willkommen zurück bei let's play fallout 4 ja wir müssen den robos hier helfen sie haben wohl irgendein problem mit wasser und genau da kommen wir zum einsatz denn die manet man lösen alle probleme ob menschen roboter und wir kümmern uns auch um wasser wahrscheinlich müssen wir in irgendeine art wasserwerk denn da stimmt irgendwas nicht wahrscheinlich pumpen kaputt oder irgendwas oder wahrscheinlich meyerlöx wenn ich wasser höre dann denke ich am meyerlöx was soll man diese knarre haben glaube ich kann nicht schief gehen mal super mutanten wir sind hier nicht allein blue was denn erwischt ja schön da ist noch einer sie suchen mich auf jeden fall gesehen haben sie mich noch nicht auch erwischt oh ja komm landet hier landet hier so ich glaube da kann man ruhig in naukampf übergehen jetzt westen wasser aufgereist das wird ein guter kampf das war euer letzter fehler gott dieses ding ist einfach nur genial wo ist denn der hund jetzt hin was für eine verschwendung wonderer und da landen sie auch schon holen ihre männer wieder ab oder wie ihr seid zu spät habe ich schon mal aufgeräumt dann sollte ich mich sofort zum pallor den machen und rein da so dann schauen wir mal was hier im armen liegt so quick save westen medien veranstaltungen zur erinnerung am dienstag den 26 10 werden mitglieder der lokalen und landesweiten presse als teil der presseinitiative westen wellness durch die anlage geführt wir erwarten dass unsere mitarbeiter durchgehend höflich zuvor kommen und diskret sind sämtliche fragen besonders die zum cholera ausbruch müssen an den nächsten westen pressesprecher weitergeleitet werden es werden kartons mit westen wasser gemäß unseres wahlspruchs so schmeckt perfektion copyright an die journalisten verteilt rechnen sie am mittwoch mit doppelschichten um die verlorgegangene produktivität wieder wettzumachen ich habe mit den kronkorken mittlerweile ist die kronkorken kein problem mehr also ich habe echt Ohne Mass jetzt. Hier drinnen ist es plötzlich verdammt still. Zu ruhig, meinst du, Piper? Oder willst du mir etwas anderes sagen? Soll ich die Tür zumachen? Hm? Der Blick. Ja. Ich will doch auch. Ja, da grinst du schon, gell? Ja. Du kleines Biest. Geschafft. Nein, da geht's noch aufs Dach. Da müssen wir nicht hin. Dann wohl in den Aufguss. Nachbunden. Juppie. Lass mal hier noch schnell gucken. Das wär's. Ich hab die Tür jetzt aufgeknackt, obwohl ich hier hätte auch durch können. Okay. Sauft ihr, Bethesda? Oh, alles überflutet hier. Ja. Das ist alles überflutet hier. Und da haben wir's ja auch schon. Kein Problem für die Waffe. Boah, ich lieb das Ding einfach. Wo komm ich da hin? Ah, ja gut. Da können wir schnell des Picket-Fances holen. Das müsste hier liegen. Genau. Verdammt noch mal, ja. Wäre es doch gar nicht jetzt so weit gekommen. Gebäudeverwaltungsterminal. Schnell speichern. Mediumvorschaltung. Gebäudeverwaltungsaufzeichnung. Abdichtung des Geschützverteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden mal wieder überflutet wird. Ich bin schon froh, wenn sie nicht wieder alle zwei Wochen einen Kurzschluss haben. Nun, sie funktionieren. Emmys hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu schließen. Riesenüberschwemmung. Geschütz 4 ist verschwunden, bevor es Schaden nehmen konnte und ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem sie das Ventil geschlossen haben. Es klappt prima. Nur schade um Emmys. Routinewartung der Wasserpumpen. Nicht, dass das nötig wäre. Die Zentrale hat vielleicht an allem anderen gespart, aber die Dinger werden ewig halten. Sol schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty, also müssen alle am Montag Überstunden machen, damit alles anständig aussieht. Hab ihnen gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren, damit sie nicht die Gäste erschießen. Dafür brauche ich 10 Minuten. Den Rest des Tages kann ich mit dem Produktiven verbringen. Der roten Gefahr. Die rote Gefahr ist gleich, ob ich mit einem Comic oder sowas. So, was ist die nächste Steuerung? Wie schön. Scheiß Geschütze. Verdammt, ich hab die Spur verloren. Herkotts. Ich muss dann jetzt die Kronkorken. So. Na komm. Komm schon, Lörg, zeig uns deinen Unterbauch. Das ist schön zum Nester vernichten. Nett. So. Komme ich jetzt da so rüber gesprungen? Nein! Flüfft, mach mal. Flüfft, mach mal. Das fragt auch jetzt ziemlich oft mit dem Explosions-Ding ins Kirchen. Okay, ich nehme mal an, hier muss ich jetzt durch die Suche durch. Okay, starte die Hauptpumpe neu. Machen wir doch. Oh ja, ah ja. Okay, jetzt auf, ziehe weit zurück. Das war's schon. Na gut. Oh, die Hauptpumpe muss man schnell mitnehmen. Okay. Ich vermute mal, fast die Quest wäre ein bisschen anspruchsvoller gewesen, wenn man da früher hergegangen wäre. Ich habe diese ganzen Siedlungs-Quests bisher alles ein bisschen vernachlässigt. Tschüss, Vertibird. Tschüss. Haben die die Waffen da gelassen oder wie? Ah, von hier bin ich raus. Hm, blöd. So, meine lieben Robos. Euer Wasser ist jetzt wieder super toll, frisch und unglaublich flüssig. Kann ich den aufmachen? Ja. 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 Und das ist unglaublich, dass hier eigentlich nur Scheiße drin ist. Aber gut, dass wir mal reingeguckt haben. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, für die Wummel muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Munition craften. Gut, das steht da 999. Ich glaube 45er ist es. Äh, Munition. 45. Äh, 1344 Schuss. Ja, das reicht noch ein bisschen. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja. Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Hier. Du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Spricht mit Preston. Jetzt quatschen wir doch mal mit den anderen Aufsehern noch. Wir könnten etwas Regen gebrauchen. Brown. Schönes Wetter, oder? Morgenstund hat Gold im Mund. Okay, das sagt nix. Was? Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Aufseher Green. Bereit, deinen großartigen Einkaufstab zu starten? Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir den glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Was hab ich denn genau gewonnen? Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Äh, ja, Green. Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomarbetriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Die klingen 100 Kronkorken. Ja, ich nehm dann mal die, ähm, Kronkorken. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Hoho. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Es war mir auch eine Ehre. Habe die Ehre. So, was haben wir denn noch alles? Ja, ich hab übrigens noch mal neu geladen. Diese Abhängigkeit mit Bobby und den Champs. Ich hab im Internet ein bisschen geforscht und anscheinend ist die Quest verpackt und Tina kann man nur, glaub ich, irgendwie in die Siedlung holen, wenn man ihren Bruder umbringt oder so. Und das will ich nicht. Ah, gut. Woawic, Grünhäute, der Vorhang fällt, der Weg zur Freiheit. Diamond City Blues, das haben wir auch noch. Dann... Ach, und die Fallokten bei Nick im Büro können wir auch noch machen. Dann reisen wir doch jetzt zum Abschluss noch mal zu meiner Burg. Quatschen das mit Preston. Würde mich ja nicht wundern, wenn der nicht schon wieder eine neue Quest für mich hat. Das ist ja auch so unendlich. Also gut, am Anfang nicht. Am Anfang bis man halt die ganzen Siedlungen eingenommen hat und auf seiner Seite hat, aber danach werden sie ja unendlich. Da haben die zum siebzigsten Mal ein Problem mit Grünhäuten, die haben ein siebzigsten Mal ein Problem mit Ghulen, die zum hundertsiebzigsten Mal mit Grünhäuten. Jetzt wird jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Was jetzt? Ich lass es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Das war's. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zurück? Nein, du, jetzt bist du immer das gleiche, die Blutmann. Ja, ich habe die Bulgmauern so ein bisschen ausgebessert hier. Überall so ein bisschen zugemacht, wo es gebröckelt hat. Kann man ja mal zeigen jetzt hier noch zum Abschluss. Hier mit einem Tor, dass es eigentlich immer offen ist. Da oben eine Geschütze, Minutemen, Kalonen. Folgen wir gerade ein. Hä? Wo war das jetzt wieder? Da oben irgendwo. Ja, das machen wir auch mal ein anderes Mal. Das kommt schon noch. Ja, und was machen wir denn in der nächsten Folge? Wir könnten auch mal nach Good Neighbor gehen. Ein bisschen erkunden hier. Das ist alles noch so leer hier oben. Da gibt es noch viel, viel mehr zu erkunden. Und in Diamond City gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu sehen. Da springe ich schon mal hin. Und weil ich glaube, beim Bürgermeister waren wir noch nicht. Und man kann sich ja auch ein Haus kaufen in Diamond City. Das kann ich mir locker leisten mit den vielen Kronkorken, die ich mittlerweile gesammelt habe. Dann wird die nächste Folge einfach mal so, eine Schauen wir mal was passiert Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.